Ihr erzählt uns alles, was ihr wisst. Ich werde der gottverdammten Scheiß! Ihr könnt hier elektroshoppen, bis der Arzt kommt. Das macht ihn nur wütender. Ich hingegen werde euch alles erzählen. Was echt jetzt? Michael Bryce wollte seine Vergangenheit hinter sich lassen. Sie sollten das Bodyguarding aufgeben. Sprechen Sie mir nach. Kein Bodyguarding. Kein... Bodyguarding. Doch sie holte ihn ein. Komm schon! Oh Gott! Um diesen durchgeknallten Killer und seine Frau zu retten. Was macht der denn hier? Ich sagte, schaff mir jemand näher. Nur nicht Michael Bryce. Darf ich dir helfen? Es heißt danke. In vier Tagen wird Europa in Flammen stehen. Mein Informant sagt, es soll einen großen Cyberangriff geben. Versaucht das hier nicht. Oh, wir werden das sowas von sicher versauen. Ich habe meiner Therapeutin versprochen. Kein Bodyguarding. Keine gute Idee. Neu... Haps! Nein, schon gut. Macht ihr einfach euer Ding. Vielleicht ein Hau auf die Bremse? Wir wünschen uns ein Baby! Möge Gott unseren Seeren gnädig sein. Sprich mir nach. Ich habe keine Lizenz. Ich habe keine Lizenz. Und das ist furchtbar. Ich mache... Lauter! Ich habe keine Lizenz! Und das ist mir schreit! Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Boote. Und wir brauchen die da. Und bereit los zu ficken? Was? Sorry, missverständlich. Nicht ihr. Mit uns. Das war auch missverständlich. Und jetzt folgen wir unserer Natur und ficken diese Wichser! Ich wäre eine tolle Mutter. Glaubst du nicht, ich wäre eine tolle Mutter? Ich glaube doch, ja. Danke. Es ist Wut eine kraftvolle Asexualität, die dich zu einem guten Zuhörer macht. Wuhuuu! Yeah! Wollen wir das mal auf uns wirken lassen? Erstens sind wir in Sicherheit. Das fühlt sich wie ein Neuanfang. Killers Bodyguard 2 – Nur im Kino und nur im Kino.